Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und damit auch einen wunderschönen Start ins Wochenende euch allen da draußen. Momentan traden wir bei ungefähr 27.500 US-Dollar. Wenig Veränderung. Gestern gab es noch so einen kleinen Wig aufgrund der ganzen Binance-Geschichte. Werde ich gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, was es damit zu tun hatte. Doch bevor wir wie immer starten, lasst dem Video doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf mehr Updates, noch mehr Analysen, chill da rein. Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 27.500 US-Dollar. Wir sehen wirklich sehr, sehr wenig Veränderung. Zumindest auf dem 4-Stunden-Time-Film chillen wir hier immer noch auf unserem Support. Zumindest was den Schlusskurs natürlich anbelangt. Mit, ich sage jetzt mal, 1-Stunden-Wig oder 4-Stunden-Wig sind wir da schon drunter gekommen. Hat natürlich auch gestern prämissemäßig mit der ganzen Binance-Geschichte nochmal zu tun gehabt, weil Binance mal kurz den Spot-Handel einfach aufgrund irgendwelcher Sachen mal wieder ausgesetzt hat. Das war für mich einfach wieder so ein Zeichen, haut euer Zeug vom Binance runter, keine Börse ist zu 100% safe. Vor allem so viel, wie auf Binance da immer gemacht wird, beziehungsweise so viel, wie auf Binance immer dann mal gestoppt wird oder wieder so ein bisschen fatt ist. Einfach das Zeug runterziehen und nur das Nötige draufhaben. Aber das ist nur meine kleine bescheidene Meinung. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz im 1-Stunden-Time-Frame an, wie sieht es dort aus momentan. Wie gesagt, wir hatten hier unseren Support hoch, der hat sich ein bisschen verschoben, wo ich ja gestern noch im Video darüber gesprochen habe, okay, wäre eine perfekte Long-Möglichkeit. Nachdem dann aber die ganze Binance-Geschichte war, das war ja hier in diesem Zeitraum, wurde, sage ich mal, die Order nicht abgeholt. Deswegen habe ich sie wieder rausgenommen und auch nicht in die Telegram-Gruppe rein, weil mir das dann ein bisschen zu heikel war. Und jetzt beim zweiten Ding wäre die einfach gnadenlos durchgefallen. Also sehen wir hier, wir sind bis auf 27.000 US-Dollar runtergewickt, nochmal kurz. Sieme-Gap übrigens bei 27.195 US-Dollar für alle, die es da draußen interessiert nach jetzigem Stand. So, ja, das ist jetzt erstmal wichtig. Mal gucken, ob wir die Zone hier mit Schlusskurs weiter halten können. Wir sind jetzt mal wieder aus unserem Up-Trend seitlich rausgegangen. Ist jetzt kein wirklich bearisches Zeichen, meines Erachtens nach. Wir sind aus dem Rising Red Barish seitlich ausgebrochen, jetzt aus dem Up-Trend. Wir haben einfach momentan keine wirklichen Impulse. Ich warte jetzt ganz ehrlich eher so ein bisschen drauf ab, ob noch irgendwelche News von der Deutschen Bank kommen. Gestern war wieder Sondersitzung vom Finanzministerium in den USA, ob da jetzt irgendwelche News noch übers Wochenende kommen, die uns noch möglicherweise Richtung 28.000 oder sogar 29.000 US-Dollar bringen können. Denn dafür, Blick Daily-Timeframe, wir haben so eine kleine Doppeltop-Struktur jetzt auf den kleineren Timeframes gesehen, dass wir unser letztes Hoch nicht mehr angegriffen haben. Das sehen wir auch hier. Wir hatten keinen Schlusskurs mehr über diese 28.600 US-Dollar-Marke. Drei Closest, fast genau da oben oder immer wieder diese Wigs oder wo wir gestartet sind. Also kein wirklich bullisches Zeichen. Wir haben ein abnehmendes Volumen. Trotzdem, zwei Level sind jetzt wirklich meines Erachtens nach entscheidend. So, und da müssen wir jetzt wieder in die kleineren Timeframes runterglotzen. Das ist einerseits hier unten unser Level bei den 25.200 US-Dollar. Das ist die Marke, wo wir jetzt schon ein bisschen länger immer wieder drüber gesprochen haben, die meines Erachtens nach der ultimative Support ist. Sollten wir hier drunter fallen, dann ist klar, wäre der nächste Step des Golden Pocket bei 23.000 US-Dollar, wo wir auch schon mal eingezeichnet haben, ich zeige euch das nochmal, wie ich es angesetzt habe, von unserer gesamten Aufwärtsbewegung ab 19.500 US-Dollar bis zu unserem jetzigen Top, wäre das Golden Pocket hier bei den 23.000 US-Dollar. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Trotzdem würde ich erst einmal darauf schielen, dass wir die 25.200 US-Dollar, weil einfach aus Vergangenheit mäßig immer hier wieder rejected worden sind, antesten sollten wir hier in Bound 10 mit einem höheren Hoch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir Richtung 35 oder sogar 40.000 US-Dollar steigen könnten. So, das ist jetzt erstmal so ein bisschen das Kurzfristige. Wenn wir uns jetzt hier so mal ein bisschen die Struktur anschauen, seht ihr, okay, wir kriegen jetzt gerade hier so eine Rounding Top rein, ist jetzt nicht unbedingt das Bullish zu zeichnen. Aber wie gesagt, solange wir kurzfristig die 26.700 US-Dollar Marke sehen, ist das alles noch in so einer Art Seitwärtsrange drin. Das heißt, hier wäre immer noch so eine kleine Art Long-Möglichkeit drinnen für uns, wo wir nochmal eine Long starten könnten, zumindest bis 32k. Ich rechne ganz ehrlich, dass wir beim ersten Durchstoß oder beim ersten Step in die 30k bis 32.000 US-Dollar Region nicht sofort durchkommen. Das wäre meines Erachtens nach einfach zu einfach. Deswegen rechne ich eher damit, okay, vielleicht ist es über das Wochenende hier im Sommer hoch, dann irgendwo ein Wig in die, ich sage jetzt mal 29.3, wo wir ja schon mal einen Blick hatten, aufgrund dieser kleinen Ineffizienz, bis maximal, ich sage jetzt mal 30.000, 31.000 US-Dollar. Und dann eben der Abverkauf in die, ich sage jetzt mal 25.000K Region. Das ist jetzt momentan so ein bisschen das Szenario, was ich im Blick habe. Kurzfristig nochmal dieser letzte Wig nach oben, um, sage ich mal, die ganzen Shorter, die sich jetzt hier oben positioniert haben, aus dem Markt zu spülen. Wir sehen es auch an der Funding, die kippt langsam ein bisschen ins Positive oder ein bisschen mehr ins Positive. Das heißt, es gibt immer, immer mehr Leute, die natürlich auch Long drinnen sind, beziehungsweise auch Short. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Das switcht immer alle paar Tage rum, deswegen werde ich auch mal ab und zu ein paar Updates in die Gruppe reinlassen. Aber normalerweise, wisst ihr, wenn Funding negativ, sind mehr Leute Short. Und wir sind immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Deswegen, ich denke, hier oben werden momentan eine Menge Shorts drinnen liegen. Genauso aber, dass bei den 25K eine Menge Longs drinnen sind. Trotzdem, Ziel 29.300 US-Dollar. Erst einmal, dann hier oben gucken, wie ist die Reaktion. Ballern wir hier komplett durch. Bullish, kriegen wir hier die Reaktion rein. Dann 25K bricht die 25K-Region. Dann wird sehr wahrscheinlich das Golden Pocket angelaufen, was ich aber, wie gesagt, nicht für wirklich Bullish ansehe. Natürlich sage ich immer wieder, Golden Pocket ist immer so ein bisschen, ja okay, der Switch nochmal, okay, die Bestätigung für ein Higher Low. In dem Fall würde es mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich gut gefallen, weil wir darunter auch noch zu viele Vektoren haben. Klar, wir haben hier einen Vektor. Wäre jetzt nicht verkehrt, wenn wir den füllen, aber hier unten auch noch. Und dann ist halt das Szenario nicht wirklich unwahrscheinlich, dass wir hier doch nochmal irgendwann die 18 oder 19K sehen. Aber warten wir jetzt erstmal ab. Momentan jetzt erstmal Wochenende, Umsätze gering. Da müssen wir sowieso ein bisschen vorsichtig sein. Die Hidden Bullish Divergence ist noch ein bisschen intakt. Wir haben noch kein Higher High gesehen. Das heißt, die ist momentan übergeordnet noch drinnen. Das wir, wie gesagt, bei den 26.700 US-Dollar noch eine Long wagen könnten mit einem Higher High. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Auch hier überhaupt keine Änderung, wobei man hier sagen muss, der Chart gefällt mir hier ein bisschen besser als bei Bitcoin. Jeden Tag sage ich da irgendwas anderes. Heute gefällt er mir wieder besser, weil wir einfach die Range weiterhin halten. Ihr seht es hier, trotz Binance-Fat, trotz dem ganzen anderen Mist, der jetzt gestern wieder rausgekommen ist, auch mit Bankenkrise und sowas. Wir sind weiterhin in dieser Seitwärts-Range. Sieht ein bisschen besser aus als bei Bitcoin. Bei Bitcoin haben wir dieses Rounding-Top. Hier haben wir eine schöne Range ausgebildet, die weiterhin hält. Das heißt, theoretisch wäre eigentlich hier unten erstmal so ein kleines Long-Szenario drin. Das machen wir mal weg. Will ich jetzt aber noch ein bisschen beobachten, weil ihr seht schon hier unten auf dem 4-Stunden-Timeframe sehr, sehr viel Volumen ist hier unten reingekommen, auch auf dem 1-Stunden-Timeframe. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir dieses Low hier unten möglicherweise sogar nochmal holen. Und dann auch mal ein bisschen gucken, haben wir hier möglicherweise sogar eine kleine Vector-Candle. Passt auch sehr gut. Das heißt, die Chance, dass wir hier einfach nochmal runterkommen, das Yesterday Low bei ungefähr 1.724 US-Dollar antesten, ist nicht unwahrscheinlich. Und dann hier unten möglicherweise Long-Position starten. Und dann mal gucken, wie die Reaktion hier oben am Daily Open bei den 1.766 ist. Kommen wir drüber, dann ist es Bullish. Ansonsten wird es ein bisschen schwerer werden, meines Erachtens nach. Auch weil wir jetzt hier, ihr seht diese lila Box, die sich hier immer in Schwingen bewegt, weil wir da jetzt auch schon etwas längere Zeit nach unten hin sind. Klar, das hatten wir hier auch, aber da müssen wir mindestens mit einem Vektor hier oben durchbrechen, dass dieser wieder invalide wird und wir den Trend wieder nach oben hin fortsetzen. Gut, das war es jetzt erstmal. Dazu gehen wir jetzt mal ganz kurz rüber zu den News. Ihr seht schon hier bei CryptoGuru Bitcoin, Halving, der Countdown läuft noch ein Jahr, dann ist Halving. Das ist natürlich Bombe, freut mich auch. Ein Jahr noch, müssen wir noch durchhalten. Ob das wirklich so lange noch dauert, dass der Bitcoin-Preis steigt, wage ich irgendwie zu bezweifeln, aufgrund der ganzen Bankenkrise und sonstigen Dingen, was da draußen gerade momentan passiert. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, was denkt ihr? Sehen wir vor dem Halving schon eine Rallye? Ich gehe ganz ehrlich ein bisschen davon aus. Oder warten wir wirklich bis zum Halving und das alles ist gerade nur eine Bärenfalle? Und wir gehen nochmal Richtung 15 oder sogar 14k runter. Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später wieder zum Wochenausblick heute Nachmittag. Schauen wir mal ein bisschen, was die Märkte nächste Woche so ein bisschen für uns zu bieten haben. Ich denke, nächste Woche wird es ein bisschen ruhiger. Aber trotzdem sehr, sehr interessant. Vor allem Gold, Bitcoin und natürlich auch der DAX. Momentan irgendwie so ein bisschen mein Liebling. Gut, das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen und gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay great. Und wie immer, stay great.